Hallo, alle zusammen, wie geht es euch heute, ich habe es also pünktlich geschafft, die heutige Live-Sendung wird nicht sehr lang sein, ich glaube nicht, dass sie eine Stunde erreichen wird, eher 45 Minuten maximal eine Stunde, wie geht es euch allen, könnt ihr mich hören und seht ihr mich, hallo an alle, die zuschauen, und an alle im Chat, vielen Dank für die Bestätigung Danke für die Bestätigung Danke an alle, die nicht im Chat sind und nur zuschauen und Hallo an alle aus der spanischen Welt Nun, das heutige Leben wird für diejenigen von euch, die sich für das letzte Video interessierten, im letzten Video, dem zweiten Teil der Stellare Navigation 3, in dem es um Äther ging und die Vertiefung des Themas über die Einfügungen in die Matrix Dies ist also für diejenigen unter euch, die sich für diese Themen interessieren Und wenn ihr nicht super interessiert, an diesen metaphysischen Themen seid, aber gerne etwas anderes hören möchtet, dann, ist das nur für die, die sich dafür interessieren Ich habe mich schon immer für metaphysische Themen interessiert, lange bevor diese Erfahrung für uns begann Ich war schon immer daran interessiert, wie die Realität funktioniert und die Kosmologie der Dinge und die Kosmologie des Geistes und die Funktionsweise der Realität und wie alle die unserer Seelen funktionieren und wer wir sind und was die Realität ist, also ist das für mich sehr sehr sehr, interessant und Bewusstseinserweiternd Danke sehr und Hallo Bartosch und all die regelmäßigen Helfer im Chat, die auch in der spanischen Welt helfen, ja ok, ich habe meinen üblichen Freund hier, der uns auch für diese Einführung begleitet Ich hoffe, sie wird uns später nicht belästigen, ich habe ihr einen kleinen Knochen gegeben, aber sie hat ihn schon gegessen, ich kann diese Lives normalerweise machen, wenn ich nachts alleine bin, wenn Matthias auf der Arbeit ist, denn wenn er nicht auf der Arbeit ist, schläft er normalerweise tagsüber, weil er Nachtschicht hat, er arbeitet in der Nachtschicht und tagsüber schläft er, ich kann diese Lives also nicht, machen, wenn er schläft, weil er dann aufwacht, also muss ich diese Lives jetzt machen, aber der Nebeneffekt ist, dass ich mit Bongo alleine bin, also hoffe ich, dass es ihr gut geht Ich weiß nichts über irgendetwas, weil einige von euch mich überzehn fragen Einige von euch fragen mich nach den Explosionen in Georgien und so weiter, aber ich habe im Moment keine Kommunikation mit dem Team und ich selbst habe wirklich nicht viel über diese Themen zu sagen Wenn jemand daran interessiert ist, was früher zum Thema CERN und künstliche Portale gesagt wurde, dann könnt ihr das auf unserer Website suchen und einfach CERN eingeben, denn es wurde erklärt, was sie dort machen und dass es unmöglich ist, das zu tun, was sie erreichen wollen, aber ich weiß, ich wünschte, ich hätte etwas mehr frische Kommunikation zu diesem Thema von unserem Team, aber wir sind immer noch nicht in der Lage, zu kommunizieren, also habe ich nichts Neues zu diesem Thema und ich habe auch keinen Insider über die Georgia Guidestones, ich habe keine Ahnung, was dort geschah, ich weiß nur das gleiche wie ihr, aber ich hatte auch nicht viel Zeit, um das zu untersuchen, weil am Samstag fahren wir mit Matthias in den Urlaub und wir werden bis zum 17. Juli weg sein, also wird es bis dahin keine Videos geben und das ist das letzte Video vor unserer Reise, also genießt es, ich werde einige Punkte zusammenfassen, die mir wichtig und interessant erschienen, ich werde nicht auf das ganze Thema des Äthers selbst eingehen, weil ich denke, dass es von Athena sehr gut erklärt wurde und es nichts gibt, was ich wirklich zu diesem Thema hinzufügen könnte ich denke, es war ziemlich klar und ihre Position und ihre Ansicht darüber, was der Äther ist, wurde in diesem Video auch sehr klar dargestellt, und wir haben auch ein früheres Video über den Äther aus der Saruera, ich glaube, wir haben es vor ein paar Jahren gemacht, also kannst du es dir auch ansehen, wenn du die Informationen vergleichen willst, ok, also lasst uns direkt zum Thema kommen, ich möchte nicht zu viel von eurer Zeit im Anspruch nehmen, aber es gibt ein paar Punkte, die ich erwähnen möchte, ok, ich möchte das hier und so machen, ok, auch wenn ich gesagt habe, dass ich nichts über den Äther erwähnen möchte, möchte ich hier einen Satz sagen, weil, um zu verstehen, wie diese Einfügungen in die Matrix funktionieren, musst du verstehen, wie der Äther funktioniert, was der Äther ist und wie diese Computer die Realität, die Matrix sehen, das ätherische Feld sehen nur ein Satz, den ich über den Äther interessant fand, als gesagt wurde, dass der Äther einen Fluss innehat, es ist ein Feld wahren Bewusstseins des Energiefeldes, dieser Fluss im Inneren hat eine Richtung seiner potenziellen Energie, seine potenzielle Energie fließt also in eine Richtung und dieser Fluss verstehen wir als Schwerkraft ich meine, das war die Aussage von Athena, die die Richtung des Flusses der potenziellen Energie, die wir wie als Schwerkraft verstehen, eine Entwicklung von Ideen dieses Feldes ist dieser Fluss und das ist Schwerkraft und ich wollte das einfach nur festhalten, weil das die Schwerkraft ist, denn wir verstehen Schwerkraft hier auf eine völlig andere Art und Weise, Wissenschaftler müssen das Konzept und das Phänomen der Schwerkraft völlig neu analysieren, um zu versuchen, das Universum zu verstehen, wenn du auch das Thema Schwerkraft vertiefen willst die Schwerkraft wurde hier und da in verschiedenen Videos erwähnt, es gibt kein spezielles, oder ein eigenes Video über die Schwerkraft, aber es wurde schon viele Jahre lang immer wieder erwähnt, geh also auf die Website zwaru.org und gib in die Wortsuche Schwerkraft ein und es erscheinen alle Abschriften, in denen die Schwerkraft erwähnt wird, ich empfehle dir, dir das anzuschauen, denn es ist super interessant, wie sie die Schwerkraft verstehen, ganz anders, als wir die Schwerkraft verstehen der Chat ist voller Moderatoren, meine lieben Moderatoren, die auch die spanische Welt moderieren, also danke, vielen Dank für eure Arbeit, also lasst mich hier weitermachen, wie bereits erklärt, ist der Computer an Bord nicht nur wie ein einfacher Computer, wie wir ihn verstehen, sondern ein Äquivalent für etwas, Computer sehen also alles als Energie, sie sehen keine Objekte, sie sehen keine Stühle, Berge, Socken und Pferde wie wir, sie sehen Energiefelder und durch deren numerischen Werte und Interaktion zwischen diesen numerischen Werteneinflüsse und auch das, was Äther definiert, und was den Äther ausmacht, ist, dass es kein Hier und kein Dort gibt, das ist es, was den Äther ausmacht, so reisen diese Schiffe durch den Äther und springen durch den Hyperraum, weil es kein Hier und kein Dort gibt, indem sie sich nach und nach in die spezifische Frequenz bringen es wurde bereits erklärt, ich denke, ihr versteht das, und für diejenigen von euch, die diesen Kanal schon eine Weile verfolgen, also die Entfernungen sind nur relativ und unsere eigene Interpretation, unser subjektives Verständnis des ätherischen Feldes, aber die Entfernungen an sich existieren nicht innerhalb des ätherischen Feldes, genauso wie die Zeit nicht wirklich existiert, hier haben wir das Prinzip der Nicht-Lokalität, das etwas ist, das den Äther definiert, er hat keine Entfernungen im Video über die Nicht-Lokalität wird das genauer erklärt und auch die Zeit wurde schon viele Male erklärt, also gehe ich diese Punkte nur schnell durch, aber jeder dieser Punkte wurde in der Vergangenheit ausführlich besprochen, wie zum Beispiel die Idee der Zeit, was Zeit ist, wurde auch von Jazi ausführlich besprochen und dass die Zeit nur ein Produkt unserer Wahrnehmung, der Wahrnehmung eines Wesens mit Bewusstsein und Seele ist, wie dieses Bewusstsein die Abfolge der Ereignisse, die es wahrnimmt, erlebt und das ist die Zeit, das Fortschreiten der Ideen, der Äther ist nur eine Suppe von Ideen, wir, sind nur eine Suppe von Ideen und wie wir mit diesen Ideen und der Logik der Gedanken und das, ist es was die Abfolge von Erfahrungen innerhalb eines Feldes bestimmt, und all das wird mit einem Bewusstsein erschaffen, und das ist es, was Zeit ist, und sie ist relativ zu jeder Person, weil jede Person eine andere Geschwindigkeit für dieses benötigt, deshalb sind Zeit und Entfernungen für jedes Wesen und jede Gesellschaft und jeden Planeten unterschiedlich und jede Gesellschaft, jeder Planet, zum Beispiel Taigaeter, hat einen anderen Zeitfluss als die Erde und deshalb haben wir all diese Zeitverschiebungen zwischen der Zeit dort und hier, weil sie als Gesellschaft in Taigaeter eine bestimmte Vereinbarung darüber, wie sie, den Fluss der Sequenzen wahrnehmen und sie haben eine kollektive Vereinbarung, so dass ihre, Zeit anders fließt als die Zeit hier, und das beantwortet auch die Frage, die die Leute manchmal verwirrt, du sagst, dass es die Zeit nicht gibt, und dann sprichst du von Zeit, nun, das ist wieder ein Beispiel für etwas, das man aus verschiedenen Perspektiven betrachten muss, um zu verstehen, dass es keine Zeit gibt und dass es keine Entfernungen vom Äther zum Äther gibt, aber es gibt Zeit in der Realität eines jeden individuellen Bewusstseins, das die Wahrnehmung der Abfolge von Ereignissen erzeugt, auch hier haben wir mehrere Ansichten, die gleichzeitig gültig und wahr sind, aber machen wir weiter, denn die interessantesten Dinge, über die ich sprechen möchte, kommen etwas später, der nächste Punkt, den ich erwähnen möchte, ist, dass, wie gesagt, die Computer an Bord, die dafür verantwortlich sind und für die Reisen durch den Hyperraum und das Einfügen der Objekte in die Matrix zuständig sind, wie ich schon sagte, sehen sie nur Energiemuster und Interaktionen, Dinge, die sich gegenseitig im Ätherfeld beeinflussen, ohne Ort und ohne Zeit, bitte erinnere dich an diesen Punkt ohne Ort, und Zeit, denn er wird wichtig sein für etwas, das ich etwas später erwähnen möchte, dass diese Computer das Feld sehen, sie sehen die Materie, Objekte, Situationen Menschen als Energiemuster und ihre Interaktion ohne Zeit und ohne Ort, das wird wichtig sein, wenn ich über das Einfügen von Objekten in die Matrix spreche, erinnere dich an diesen Punkt die Art und Weise, wie sie, das Feld sehen, ist durch das mathematische Verhältnis, nicht nur durch Zahlen, denn das stellt Objekte da, wie schon im letzten Video erklärt, habe ich das Gefühl, dass ich mich manchmal wiederhole, ich hoffe, ihr seid nicht zu gelangweilt von meinen Erklärungen, aber das Interessanteste ist, was jetzt, kommt, die Computer sehen alles als mathematische Zahlenfelder, die Objekte darstellen, und das ist die Matrix wie im Film Matrix, nicht die Matrix, wie wir, sie manchmal nennen über die Matrix als ein System, auf der Erde Manipulation Kontrollmethoden Religionen und all das ist eine andere Art von Matrix, wir sprechen hier über diese numerische sogenannte digitale Matrix, ätherischen Feldern und all dem, also Computer sehen, denn die Computer sehen alles als numerische Werte auf der subatomaren Ebene sehr sehr winzige Teilchen so können sie die Matrix leicht verändern und die Kontrolle über sie übernehmen, ja, sie können diese Zahlenwerte umdefinieren und neu anordnen, weil sie die Fähigkeit haben, diese Werte auf einer subatomaren Ebene wahrzunehmen, es wird interessant sein, zu erfahren, was genau geschieht und wer die Verantwortung dafür trägt, wenn irgendjemand wirklich für die Matrix auf der Erde verantwortlich ist, der Kontrolle der Matrix auf der Erde, ich weiß, es wurde gesagt, dass die Arcturianer die Kontrolle hatten und Taigeta zu der Zeit auch die Kontrolle darüber hatte, aber nein, ich glaube, ich liege hier falsch, denn ich spreche über das Kontrollsystem der Mondmatrix, die Frequenzkontrolle vom Mond aus, ja, das ist es, wovon ich spreche, Hi Bongo, aber den Zugang zu dieser Technologie, zu diesen Computern, die alles auf subatomarer Ebene sehen können, haben viele Rassen, also ja, man kann sie leicht umgestalten und ich denke, es wird getan, ich glaube, ich habe im letzten Leben gesagt, dass viele Dinge auf diese Weise in unserer Realität getan werden, indem man Objekte in bestimmte Situationen einfügt und Dinge verändert, die Föderation sagt immer, dass sie sich nicht einmischen und die Dinge den Menschen überlassen sollen, aber ich glaube, dass hinter den Kulissen viel getan wird, ich weiß nicht, wie viel, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es trotzdem getan wird, ich will diesen Punkt nicht wiederholen, weil er schon im vorherigen Leben gesagt wurde, aber machen wir weiter, ein weiterer interessanter Punkt, den du natürlich schon kennst, ist, dass nicht nur Wesen mit einer Seele ein Bewusstsein haben, sondern absolut alles, alles, was existiert, hat Bewusstsein, egal ob Materie oder was auch immer alles deshalb, weil alles durch die energetische, mathematische Wirkung des Feldes, das es umgibt, aufrecht erhalten wird, also hat alles Bewusstsein, weil alles Äther ist, weil alles, im Äther enthalten ist, Bewusstsein ist, es ist also logisch und automatisch klar, dass alles Bewusstsein ist, weil alles, was im Äther enthalten ist, Bewusstsein ist Äther ist Bewusstsein, also ist alles Bewusstsein, das ist nur eine logische Abfolge von Gedanken und okay, jetzt kommen wir hier zu etwas Interessantem zu den Einfügungen in die Matrix und all dem, die Aktion, die jedes einzelne Objekt, Personsituation, Planeten, Atome, alles, was geschieht aufrecht erhält, ist eine selbsterhaltende Aktion, die auf der Mathematik der Wirbelmathematik des Toroids beruht, alles ist selbsterhaltend und alles ist selbstbestimmt, denn alles ist ein Toroid, solange er in sich selbst zurückführt, ist alles auf diese Weise selbsterhaltend, durch automatische Aktion, durch Selbstaktion und diese Bewegung erhält alles, was existiert, okay, aber hier ist es, das, was interessant ist, und hier beginnen wir, das Thema der Einfügungen besser zu verstehen, alles ist selbsterhaltend und selbst definiert in dieser zyklischen, sich selbst nährenden Art und Weise okay, aber nicht nur das sondern es gibt auch äußere Einflussfaktoren, die den Toroid des Feldes beeinflussen, das ihn umgibt, so dass alles seine eigene interne Mathematik hat aber es wird auch von der internen Mathematik und den Interaktionen anderer Objekte und Wechselwirkungen anderer Objektsituationen beeinflusst dessen, was es umgibt und Athena sagt hier, dass nicht nur diese Objekte, sondern auch Menschen, was auch immer, von diesen äußeren Einflussfaktoren beeinflusst werden, sondern sie sind das Produkt dieser Faktoren, denn nichts ist isoliert es gibt kein separates, individuelles, unabhängiges Ding, das nur für sich selbst da ist sondern es ist in eine Masse integriert, die der Äther ist, und mit allem anderen um ihn herum interagiert, deshalb hat sie diese philosophische Frage, ob es wirklich einen freien Willen gibt, wenn alles, was wir denken, was wir tun, unsere Entscheidungen, alles eine Folge der Interaktionen und des Energieaustauschs mit allem um uns herum ist, gibt es dann wirklich einen freien Willen, wir haben auch ein Video dazu, gibt es einen freien Willen oder den freien Willen von einem höheren Punkt aus, je nachdem, von welcher Ebene aus du die Sache betrachtest, gibt es einen freien Willen und vom höchsten Punkt aus gesehen gibt es keinen, freien Willen, das ist es also, was ich im Chat sehe, ok, ich will nicht zu sehr ablenken, aber ja, ich habe hier einen Chat, der geschieht, und das ist ein anderes Thema, eine eigene philosophische Debatte, haben wir einen freien Willen oder nicht eh, von einem Standpunkt aus ja von einem anderen aus nein, Punkt nein, ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, aber alles wird beeinflusst von alles um ihn herum, Toroide sind nicht allein, sie werden ständig von externen Elementen gespeist, die sich ebenfalls selbst definieren und auch Toroide, denn nichts ist getrennt, nichts ist isoliert und die Toroide überschneiden sich untereinander und sind Duckhaus auch in anderen Toroiden enthalten und so weiter wie zum Beispiel dieser, was auch immer dieses Telefon auf dem Tisch ist, es ist ein Toroid und interagiert mit mir das ein Toroid ist, also überlappen wir uns, aber wir sind beide in dem Toroidalen Feld des Sofas und dann sind wir auch im Toroidalen Feld des Zimmers, des Hauses und dann interagiert dieses Haus mit dem Toroidalen Feld der anderen Häuser, der Galaxie, der Planeten und in die Unendlichkeit und so funktioniert es, wir sind ein Toroid innerhalb der Thora, innerhalb des Toroids, der sich mit anderen Toroiden überschneidet, und kein Toroid steht für sich allein, vom kleinsten Teilchen bis hin zu den Galaxien deshalb und nur deshalb ist es verständlich, dass die Einfügungen in die Matrix nicht so einfach sind, wie es scheint, deshalb wird jede Veränderung in der Matrix das ganze System beeinflussen und sich auf das gesamte System auswirken, wenn du also etwas einfügst, müssen zuerst die mathematischen Bindungen gebildet werden, um das Objekt innerhalb des Thoroids zu halten, wenn du zum Beispiel ein Telefon in das Sofa einlegst, dann interagiert das Sofa mit dem Telefon, so dass es ein empfangender Toroid ist, und dass der Raum der empfangende Toroid ist, musst du den gesamten numerischen Wert und die mathematische Bindung, die das Objekt innerhalb des empfangenden Toroids den Grund für seine Anwesenheit der Grund, die Rechtfertigung, warum es da, ist vielen Dank, Leute, die im Chatraum sind, übrigens danke Jai Garza und Miss Museboy, danke also der Grund muss da sein, der Grund muss erscheinen, warum es da ist, es ist der Grund, warum es da ist, hier müssen wir also nicht nur die Dynamik des Objekts sehen, sondern auch die stehende Wellen, die das Objekt formen, das Objekt selbst, denn dieses Objekt hat nicht nur seine eigene interne Dynamik, die sich bildet und selbst aufrechterhält, sondern auch die Verbindung mit den umgebenden Toroiden und nun musst du auch die vorherige Dynamik einfügen oder die vorangegangene Dynamik zusätzlich zu der eigentlichen Dynamik, warum dieses Objekt da, ist und wie, es dorthin gekommen ist, es muss der gesamte Sequenzfluss entstehen, es ist also nicht so einfach, wie zum Beispiel, ja, kannst du mir ein Ticket nach Hawaii geben, ich erinnere mich, dass wir uns vor langer Zeit mal mit Zwaru Athena unterhalten haben und ich sagte, hi, wie wäre es, wenn du mir etwas Lustiges einfügst oder, ich weiß nicht, das Ticket nach Hawaii oder so etwas in der Art und Bongo dreht durch, vielleicht zeige ich es dir später, wenn sie ihren riesigen Bären zerstört, warum wirfst du mich nicht ein und ich erinnere mich, dass sie an diesem Punkt sagte, ohne auf die Details einzugehen, dass es nicht so einfach ist, das ist nicht so einfach, denn ich muss die Fluggesellschaft angeben, die das Ticket gekauft hat, mit welchem Geld, von welcher Bank, warum du weißt schon, die ganze Situation drumherum und die ganze vorherige dynamischen Argumentation drumherum, also ist es nicht so einfach, aber erst jetzt verstehe ich dieses Thema besser, weil es hier im Detail erklärt wurde, und der interessante Punkt ist, dass wenn sie das Objekt einfügen, er eine Sekunde bitte eine Sekunde bitte, ja, ok, das Interessante an diesem Objekt ist, dass Athena sagte, dass sie die Objekte so einfügen und nicht indem sie die Objekte buchstäblich mit dem Schiff mitnehmen, und es mit dem Traktorstrahl absenken und auf der Erde absetzen, so habe ich es verstanden, sondern tatsächlich durch energetische Einwirkung der Traktorstrahl kann das zum Beispiel durch energetische Auferlegung tun, der Traktorstrahl fügt die energetischen mathematischen Faktoren und ihre Beziehung zur Umgebung ein und das formt das Objekt also du druckst das Objekt sozusagen indem du die numerischen Werte innerhalb des Feldes veränderst, aber du nimmst das Objekt nicht buchstäblich vom Schiff und kannst ein UFO nehmen und es auf die Erde bringen, sondern durch Einfügung vielen Dank, Frau Mäusejunge aber sie tun das, indem sie die numerischen Werte des Feldes mit dem Traktorstrahl, oder wie auch immer verändern, das ist also sehr interessant, ich schätze, wenn du im Wald bist und sie das tun, dann würde das Objekt einfach aus dem Nichts auftauchen, einfach aus dem Nichts in der Matrix auftauchen Ich schätze, dass ich fragen muss, was das für ein interessanter Punkt ist und einer der interessantesten und wichtigsten Punkte in diesem Leben und einer der Gründe, warum ich dieses Leben machen wollte ist es, dir zu erklären, dass 3D und 5D auch wenn es sich um mentale Zustände handelt, aber sagen wir, die 3D ist um die Erde und das, was außerhalb geschieht, sind eigene separate Toroide mit ihrer eigenen Dynamik das ist ein sehr wichtiger Punkt, deshalb kann man nicht wirklich etwas von außen einfügen, ohne, wie ich schon sagte, ohne einen Grund zu schaffen, warum es dort existiert, aber innerhalb der 3D-Formeln, wenn du also etwas aus der 5D-Dichte einfügst, hat es seinen Ursprung und seine Wurzeln in der 5D-Realität außerhalb der Erde mit seiner eigenen Dynamik und seinem eigenen mathematischen Fluss und seinen eigenen Formeln, die die 3D-Dynamik und der 3D-Toroid nicht haben, wenn du dann etwas einfügst, wird die Matrix den Grund erschaffen die Situation, die Rechtfertigung der Sache erscheinen, aber nur innerhalb der 3D-Formeln, die ihn aufrecht erhalten können, wenn du etwas zum Versuch irrtümlich einfügst, geschieht es nicht so, weil beide innerhalb des 5D-Toroids sind, und die 3D nicht die Formeln hat, um die eingefügten Objekte zu interpretieren, aber die 3D-Erde würde die Formeln, um das Objekt zu verstehen, wenn es sich um etwas Außerirdisches von außerhalb handelt versuchen sie zu interpretieren, also wird sie nur den Teil lesen, den sie interpretieren und verstehen kann und der Grund wird von selbst erscheinen, denn das ist kein Punkt, den ich später erwähnen werde der Grund erscheint von selbst durch die Matrix, aber nur innerhalb ihrer eigenen Formeln und deshalb ist das sehr wichtig weil, dies erklärt, dass dieses einer der Gründe ist, warum kein außerirdischer Beweis für dieses Schwert innerhalb von 3D existieren kann, ohne dass die Matrix einen 3D-Grund dahinter erzeugt und dabei seine 5D-Ursprünge zerstört das ist der Grund, warum die 5D-Beweise dieser Art nicht funktionieren, weil sie, sobald sie in das mathematische 3D-Feld eingefügt werden, sie zu 3D werden, weil das 3D nicht in der Lage ist, das zu interpretieren, was von außerhalb seines eigenen Feldes kommt unser Toroid hat keine Formeln, wir haben so etwas wie Windows 9 und Windows 10 dieses Beispiel wurde von jemandem in einer Telegram-Gruppe auf Spanisch, glaube ich, oder auf Englisch gegeben, ich bin mir nicht sicher, tut mir leid, ich erinnere mich nicht, und sie erklärten, dass, wenn du eine Datei zum Beispiel mit Windows 10 speicherst und du dann versuchst, die Datei mit Windows 9 zu öffnen, hat Windows 9 keine Formeln, um sie zu lesen und zu öffnen, also wird es nur den Teil öffnen, den es lesen kann weil es nur die Werkzeuge hat, um das zu interpretieren, was in seiner Programmierung steht und der Teil, der von Windows 10 entworfen und erstellt wurde, bleiben, auf der Strecke, es ist so, als wäre er nicht da, man kann ihn nicht sehen, er ist unsichtbar und wird von Windows 9 nicht gelesen und das ist es, was mit vielen dieser Belege geschieht, vielen Dank, Al Sanchez, und deshalb können Sie viele dieser Beweise nicht einfügen, weil sofort der 3D-Grund erscheint, der 5D-Teil wird zurückbleiben, wird unsichtbar sein, niemand wird in der Lage sein zu sehen, dass alle 3D-Rechtfertigungen erscheinen, um das Phänomen zu erklären oder um das Phänomen, oder um die Objekte oder die Situation oder die Person selbst zu erklären, ich werde übrigens etwas später auf das Thema der Spiegel eingehen, wenn du eine Person hast, die einen Schritt nach unten geht und eine außerirdische Person, die vom Schiff herunterkommt und physisch auf der Erde wandelt, ich weiß nicht, wie ich fragen soll, aber irgendwie erkennt die Matrix, dass diese Person nicht zu ihrem Feld, zu ihrer Geschichte gehört, als wäre sie jemand von außerhalb zu entstehen unter anderem Spiegel, so wie ich, es verstehe, werden Spiegel dieser Menschen erschaffen, sie sind sozusagen eine 3D-Interpretation der 5D-Person, welche zum Schiff zurückkehrt, sie gehört nicht zur Erde, sondern das, was sie zurücklässt, seine Anwesenheit hinterlässt eine Spur und die Spiegelperson wird erschaffen, die Spiegelperson für die Menschen, die neu sind, ist die Person, die aussieht wie eine 5D-Person und lebt hier auf der Erde als Mensch, aber sie sieht physisch aus wie die Person oben, aber sie weiß nichts über ihre Verbindung mit ihrem außerirdischen Äquivalent sozusagen und manchmal sind sie einfach Matrix-Menschen Menschen, deren Matrix diese Person erschaffen hat, um ihr Leben, um die Anwesenheit der außerirdischen 5D-Person zu rechtfertigen, die auf der Erde wandelte, um ein organisches Portal zu sein, aber so wie du es verstehst, kann auch einfach als dieselbe Person in 5D in einer anderen Zeitlinie betrachtet werden, und dann wird es ein bisschen kompliziert und wir haben dieses Thema noch nicht im Detail beschrieben, es ist ziemlich weit hergeholt, auch wenn ich weiß, dass die meisten von euch bereits an diese Themen und die meisten dieser wirklich verrückten Ideen gewöhnt sind, für mich ist es so, dass ich im Moment alles akzeptiere, nichts, was mich überraschen könnte, aber ja, das Thema Spiegel würde ich gerne erklären, aber wir hatten noch keine Gelegenheit, dieses Thema zu vertiefen, aber um auf die Einfügungen zurückzukommen, das ist einer der Gründe, wie Spiegel der Menschen auf der Erde auftauchen, weil die Matrix nicht mit der Anwesenheit einer außerirdischen Person umgehen kann, also muss sie eine Art Erklärung für diese Person schaffen und das ganze Leben entsteht, ich meine, das ganze Leben entsteht um diese Person herum, das ist etwas wirklich Interessantes und Verrücktes, ich kann mir nicht vorstellen, wie das geht, aber irgendwie erzeugt die Matrix das ganze Leben um diese Person herum auch Erinnerungen und all das, also was, du hier beachten musst, ist, dass der 3D-Toroid und sein eigenes internes mathematisches Feld immer mit seinen eigenen Formeln ausgleichen wird, nur mit seinen eigenen Formeln, die Anwesenheit von etwas, das außerhalb seiner Dynamik liegt, wird immer nur das reflektieren, was es aus dem Phänomen oder den Objekten ablesen kann oder welche Situation auch immer eingefügt wird, und das ist sehr interessant und das ist sehr wichtig, das ist sehr wichtig und das ist einer der Gründe, die sie uns genannt haben, neben vielen anderen Gründen, für das ganze Thema der Beweise und all das, aber das ist einer der Gründe, die die Leute nicht ganz verstehen, dass kein sogenannter 5D-Beweis in die Matrix eingefügt werden kann, ohne dass das, was ich gerade gesagt habe, auftaucht und sich manifestiert, es wird einfach normal, es findet seine eigenen Erklärungen innerhalb unserer eigenen Matrix und die Menschen finden diese Erklärungen, weil sie sie finden, weil die Matrix diese Erklärungen liefert und deshalb können wir es hier auch mit dem Thema Fotos vermischen, manchmal ist es nicht genau das, was in unserer Situation mit den Fotos geschah, wo es dieses Problem mit den pornografischen Fotos gab oder was auch immer, da es von der Föderation oder von anderen nicht freundlichen Leuten oder nicht irdischen Leuten, die gegen das Ziel arbeiten, aber ich glaube und ich weiß auch, dass es mit dem Thema Fotos so funktioniert, dass manchmal die Anwesenheit des Außerirdischen tatsächlich dazu führen kann, wie ich schon sagte, weil sie die Existenz dieser Person rechtfertigen muss, damit die Fotos von diesen Menschen überhaupt erscheinen können, die nichts mit der außerirdischen Person zu tun haben, also ist es ziemlich kompliziert, aber ja, so ist es, und jetzt mache ich eine kleine Pause, okay, ich glaube, ich habe auch erklärt warum, wie, dieser Grund hinter den eingefügten Objekten oder Situationen oder einer Person erschaffen wird, müssen sie das auch einfügen und so wie ich, das verstehe, wird es nicht erschaffen und von der Matrix absorbiert und die Matrix erschafft die Dynamik um sie herum, wenn du das Objekt einfügst und erzeugt dann Schockwellen entlang des Feldes, denn wie ich schon sagte, ist nichts isoliert, das Objekt wird nicht von allem, was es umgibt, isoliert sein, es erzeugt Schockwellen, es erzeugt Kettenreaktionen entlang des Feldes um es herum und die Matrix verändert allein die Werte und jetzt erinnere dich an das, was ich gesagt habe, erinnere dich an den Punkt der Nicht-Lokalität, dass der Äther keine Entfernungen und keine Zeit hat, das wird jetzt wichtig, die Kettenreaktion, die oben um das eingefügte Objekt herum erzeugt wird hat keinen Einfluss, wie soll ich das auf Englisch sagen, sie hat nichts mit der Zeit oder mit Entfernungen zu tun, die Rückwirkung dieser Kettenreaktion spielt keine Rolle ist kein Problem, was bedeutet, dass wenn diese Schockwellen beginnen und die Matrix die Werte verändert und eine Kettenreaktion erzeugt, weil sie es sozusagen aus dem ätherischen Feld heraus tut, weil sie nur ätherische Zahlen sieht, richtig, ätherische Zahlen, wenn es keine Lokalität gibt, können diese Kettenreaktionen und Rechtfertigungen und Gründe um die Objekte auch etwas sein, das in der Vergangenheit geschehen ist, weil sie aus dem äther auf die Vergangenheit zugreifen und der Grund für die Existenz dieses Objekts kann etwas sein, das aus deiner Perspektive zehn Jahre zurückliegt, die Rückwirkung ist für diesen Prozess nicht von Bedeutung und stellt keine Schwierigkeit dar und das ist wichtig, denn wenn zum Beispiel die Kabalen oder aggressive Rassen, oder was auch immer, etwas einfügen will, das etwas beweisen soll, müssen sie bewiesen werden die Argumentation hinter dem eingefügten Objekt, die Wurzeln der Erinnerungen sogar historische Daten erscheinen in historischen Ereignissen Situationen anderer Objekte, die die Existenz der ersten eingefügten Objekte untermauern, werden erscheinen, die ihren Ursprung in der Vergangenheit haben können und dienen als Beweis für das, was sie beweisen wollen, das ist ganz einfach und es ist super wichtig und es ist super aufregend ihr wisst schon, wenn sie die Existenz eines bestimmten Ereignisses beweisen wollen, müssen sie ein Objekt einfügen, das dann eine Kettenreaktion auslöst, die sich mit anderen Ereignissen in der Vergangenheit verbindet, so dass alles aus unserer Perspektive logisch ist und Archäologen werden es auf eine sehr logische Art und Weise verstehen, aber es ist die Matrix selbst, die die Zahlenwerte um die eingefügten Objekte herum erzeugt, weil sie irgendwie unerklärt aufrecht erhalten werden mussten, es ist also verrückt, und in diesem Sinne meine ich, wie können wir überhaupt wissen, was, real ist, und was nicht, wenn du zum Beispiel das Objekt vor meinem Haus einfügst, erscheint die Erinnerung in meinem Nachbarn das auf dem Rasen des Nachbarn liegt, und dieses Objekt wird einen Besitzer haben, ok, was ich sagen will, ist, dass ich mich daran erinnere, dass sie uns einmal gesagt hat, dass wenn sie etwas einfügen und wir es holen wollen, zum Beispiel in der Theorie, wenn wir es abholen wollen, müssen wir uns beeilen, denn die Matrix selbst wird es durch den Prozess absorbieren, dieses Leben wird es absorbieren, was bedeutet, dass es seinen Besitzer finden wird, der Besitzer wird auftauchen, Erinnerungen werden auftauchen, die gesamte Ereigniskette, die hinter dem Auftauchen des Objekts steht, ist für diese Person logisch, wie ich schon sagte, wenn Yatzi etwas in den Rasen meines Nachbarn wirft und ich es nicht schnell hole, wird das Objekt zu meinem Nachbarn gehören, dann wird er sich daran erinnern, dass der Nachbar sich an das ganze Ereignis erinnern wird, wo es gekauft wurde er wird sich daran erinnern, wo es von wem gekauft wurde und dann wird sich die Person, die es meinem Nachbarn verkauft hat, auch daran erinnern ich meine, die Person, die es meinem Nachbarn verkauft hat, wird sich auch daran erinnern, dass sie dieses Objekt verkauft hat, ich meine, die ganze Abfolge der Ereignisse, alles nur, weil dieses kleine Objekt eingefügt wurde und diese Schockwellen entlang der Matrix erzeugt, die, wie ich schon sagte, alles auf den Kopf stellt, historische Fakten, historische Ereignisse, historische Begebenheiten, Objekte, Artefakte, all das, es ist einfach verrückt, wer auch immer die Kontrolle über diese Technologie hat und die Matrix, das System auf der Erde, beherrschen will, könnte mit dieser Technologie verrückte Dinge tun und wir werden die Wahrheit nie erfahren, denn was auch immer sie einfügen, es wird andere Situationen schaffen, die das Objekt erklären und einfach logisch und natürlich sind, natürlich werden die Archäologen es verstehen, und natürlich auch die Historiker und wir werden nie erfahren, was die Wahrheit war, es ist verrückt, stimmt, es ist verrückt, deshalb ist diese Technologie etwas, mit dem man sehr vorsichtig sein muss und das viele ethische Konsequenzen hat, und deshalb ist es nicht so einfach, wie wenn du mir ein neues Kleid für morgen einfügen, willst, oder mich in einer Uniform am Ziel einzugügen, ich will sehen, wie es ist, nein, so geht das nicht und es gibt Regeln für die Nutzung dieser Technologie, ich würde es wirklich gerne wissen und ich würde gerne Athena oder Yazi oder Anika über die regressiven Rassen in den Kabalen fragen, ob sie Zugang zu dieser Technologie haben, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das haben und wie viel sie davon benutzen und wie viel sie in der Vergangenheit eingesetzt wurde oder ob sie sogar weiß, was eingesetzt wurde und welches Ereignis, welches Artefakt eingefügt wurde und welches nicht, und ob sie das alles weiß und jetzt noch ein weiterer Punkt und wir werden das hier mit diesem Punkt abschließen warum der eine, Grund erscheint und der andere nicht, und das liegt daran, dass es etwas sein muss, das sozusagen am logischsten für die Existenz dieses Objekts ist, wenn ich also zum Beispiel etwas aus Finnland mitbringe und es wird der Besitzer einfach ein Finne sein und nicht jemand aus der Dominikanischen Republik, weil das die mathematisch logischste Abfolge von Ereignissen sein wird, die Matrix, das numerische Feld ist also sehr logisch, sehr geordnet, sehr strukturiert, sehr interessant und wie Athena schon sagte, sind die Wurzeln der Mechanik des Prozesses, auch wenn es sich ihrem Verständnis entzieht, weißt du das ist einfach super tief und faszinierend und komplex, wie die Realität selbst, all das erschafft und es ist einfach erstaunlich, für uns mag es invasiv erscheinen und in gewisser Weise ist es das auch wenn du zum Beispiel fragst, ob du etwas auf den Rasen meines Nachbarn legen kannst und der Nachbar beginnt, sich an das Ding zu erinnern, dann ist das natürlich etwas Invasives aber wie Athena erklärt hat, ist es nur invasiv, wenn du von oben herab schaust aber aus der Perspektive dieser Person sind diese Erinnerungen sehr natürlich Es ist verrückt, aber es lässt dich darüber nachdenken, wie viel von dem, was du weißt und woran du dich erinnerst, das Ergebnis der fließenden Toroide um dich herum ist und wie sie dich in Objekten und Ereignissen beeinflussen Ereignisse, die eingefügt werden, all das lässt dich vieles in Frage stellen, aber auf der anderen Seite ist es super faszinierend und ich glaube, dass das mit dem Mandela Effekt zusammenhängt, ja, denn wie ich schon sagte, können sogar ganze Situationen eingefügt werden, also eine Situation, die die ganze Toroidale Mechanik des Feldes verändert und dann haben die Leute andere Erinnerungen, es ist wirklich fantastisch, über diese Dinge nachzudenken und sich damit zu beschäftigen, manche Menschen finden das vielleicht beunruhigend oder verwirrend, sie könnten denken, okay, das ist einfach zu viel, was soll ich mit meinem Leben machen, wenn alles so unbeständig ist, aber für mich ist es genau das Gegenteil, ich finde es super super befreiend zu wissen, dass es keine Grenzen für das Bewusstsein und die Realität und dem, was getan werden kann gibt, und ich fließe einfach in diesem ätherischen Feld und all seinen Möglichkeiten und all seinem Potential, also vielen Dank und das ist alles, was ich für mein Live habe, ich wollte nur diese Punkte vermitteln, natürlich war das Video noch viel mehr, aber das ist alles, worüber ich sprechen wollte ich werde, wie ich schon sagte, am Samstag in den Urlaub fahren und vielleicht schicke ich euch ein paar Fotos oder mache ein kurzes Hallo live irgendwo unter der Palme oder was auch immer und dann am 17. sind wir zurück und ich muss mich ein paar Tage ausruhen, denn wenn man in den Urlaub fährt, braucht man manchmal Urlaub vom Urlaub, ich werde mich also ein paar Tage ausruhen und dann fange ich an, neue Videos zu machen, ich habe zwei weitere in der Reihe dieser metaphysischen wahnsinnig fantastischen Informationen, ich möchte auch die Informationen über Saturn veröffentlichen und mehr und mehr und vielleicht, so denke ich, werden wir hoffentlich etwas von unserem Team und dem svaruhanischen Team hören Ach ja, McFlair hat gerade erwähnt, dass der letzte Tag des Kontakts mit der Besatzung irgendwann in der ersten Maiwoche war, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich müsste mir das letzte Gespräch ansehen, das letzte Gespräch mit Athena war das letzte Gespräch mit dem Team, vielen Dank, ich schließe diese Live-Sendung, genießt auch euren Urlaub, wenn ihr mich vermisst, schaut euch einfach die Videos an, da gibt es so viel zu sehen und das war's Danke, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt, Danke, genießt euren Juli und ich sehe euch alle, wenn ich zurück bin und vielleicht ein kurzes Video oder etwas anderes als kurzen Gruß aus Spanien, okay danke, ich bin ein bisschen besorgt zu gehen, weil ich fast nicht glauben kann, dass es möglich ist, zu reisen, also denke ich, oh mein Gott, ich hoffe, wir kommen an, ich kann kaum glauben, dass es geschieht, denn in den letzten zwei, drei Jahren war es unmöglich, irgendwohin zu reisen, also glaube ich fast nicht, dass es geschieht, okay, vielen Dank und auf Wiedersehen, ich melde mich jetzt ab, danke Pünzl, danke all Sanches, bye bye happy girl by everybody wichtig, der Link zu den zensierten Videos auf Odyssee befindet sich in der Beschreibung, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wie zum Beispiel dieses hier Gelächter